Da wird heute ein neues Produkt deckt, die R16 Dachplatte in steingrau. Reklamationen gibt es eigentlich kaum und das macht am meisten Spaß. Heute sind wir hier und heute montieren wir das. Ich bin ein Lehrverleger, das heißt, ich bin direkt von der Firma Prefa und zeige den Spenglern bei der Erstverlegung die richtige Handhabung für die Produkte. Die Fesche sagt das Ganze da, da sie gut hingeht, wenn du mal drin bist, dann geht das flote tote. Wir haben eine Platte, die 700 Millimeter lang ist und 420 Millimeter hoch, das heißt, das Format selber ist sehr groß und das spricht halt schon für das Produkt, weil es halt ein sehr leichtes Material ist. Wir verarbeiten die Prefa, also der Vorbaumbleche, sicher jetzt 20 Jahre. Und, wie willst du dir erfahren? Es gibt keine Sturmschaden mehr. Nein, die Prefaplatten sind stürmsicher und 40 Jahre Garantie, was möchte man mehr? Ja, würde ich auf alle Fälle weiterempfehlen. Und werde auch die zukünftigen Nachbarn, die sie bauen, werde ich sicher auch das Tag weiterempfehlen und auf dieses Tag kann es stolz sein. Einmalen Untertitelung des ZDF für funk, 2017